Ist das Baby etwa schon da? Dieses Foto von Kathi Hummels hat ihre Fans auf Instagram in Aufruhr gebracht, denn von einem Babybauch ist hier nichts zu erkennen. Aber jetzt können wir Entwarnung geben, der erste gemeinsame Sohn von Kathi und ihrem Mats ist offensichtlich noch nicht auf der Welt. Das zeigt die 29-Jährige nicht nur mit diesem Video, sondern auch gleich auf mehreren Fotos, die sie mit ihren Fans teilt. Wann genau ihr Baby auf die Welt kommen soll, haben die Moderatorin und der FC Bayern-Star bisher noch nicht verraten. Mitte Juli hatte die Schönheit ihrer Schwangerschaft bekannt gegeben. Das Baby ist die Krönung einer unendlichen Liebe. Seit 2007 sind Kathi und Mats zusammen. Gemeinsam ziehen sie zuerst von München nach Dortmund und dann wieder zurück nach München. 2015 gibt sich das Paar ganz romantisch das Ja-Wort. Beide legen viel Wert auf ihr Privatleben. Gemeinsame Auftritte, wie hier auf dem Oktoberfest, sind äußerst selten. Während Mats sich auf seine Fußballkarriere konzentriert, sehen wir Kathi meist allein auf den roten Teppichen. Doch auch auf Auftritte wie diesen müssen wir in naher Zukunft wohl erstmal verzichten, denn lange kann es bei diesem Babybauch wohl nicht mehr dauern, bis der Sohn von Kathi und Mats auf die Welt kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. – Sampai. Untertitelung des ZDF, 2020